Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei The Walking Dead. Hier sind wir stehen geblieben und ich habe diesmal keine Webcam, weil ich bin richtig erkältet und krank und muss im Moment ein bisschen gesünder werden. Es geht jetzt extra rein, okay. Okay, anscheinend will der nicht unbedingt mit uns reden. So, aber dann müssen wir mal gucken, dass wir mit den anderen Leuten reden. Boah, ich höre mich, glaube ich, so verschnupft an. Hey, Ben. Hey. 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 Boah, ich kann fast nicht reden. Oh Gott, oh, ich will das nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh, jetzt bricht das Schießen bei. Das gibt es doch nicht. Ich will da nicht schießen, das ist ein gutes kleines Kind. Oh Mann ey, das ist so scheiße. Ich will das eigentlich gar nicht, nach links zielen. So, und jetzt nach rechts. Nein! Die gleiche Flasche natürlich wieder. Ich habe es geschafft! Ich habe der Schieß in den Ball gebracht. Tinnitus. Ich habe es geschafft! Ich weiß nicht ob das so sinnvoll ist die Haare abzuschneiden. Ich habe es geschafft! 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 Ich hätte natürlich Alkohol, aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja, das nennt man brüderlich teilen. Okay, dann gehe ich wieder rein, weil ich glaube, jetzt muss ich echt Klemmetein die Haare abschneiden. Ah, und jetzt, hoho, jetzt kann ich die Karte nehmen und mit Klemmetein die Karte durchgehen. Der hat doch ne Karte, der Wichser, der Wichser will mich verarschen. Der Typ will mich echt verarschen. Der Ken will mich verarschen, der hat ne Karte da gehabt. Der redet nur nicht mit mir mehr. Das ist das Problem. Okay, der will nicht mit mir reden. Dann muss ich jetzt zu Klemmetein und ihr mal erklären, wo es Savannah liegt. Ich war derjenige, der den Banditern die Zutaten zu geben. Was? Schmeiß den vom Zug. Es ist all meine Schuld. Oh, die Gruppe zerfällt. Die zerfällt, die Gruppe. Aber jetzt kann ich mit Klemmetein schön die Karte mal durchgehen. Mal schauen, was wir so machen. Ich will nicht. Ich will nicht über Savannah sprechen. Ich auch. Und was wir machen, wenn wir da sind. Wir wissen nicht, was wir erwarten. Die Stadt könnte schlecht sein oder völlig unter Kontrolle. Die Sache ist, wir sind ein Team, weißt du? Ein Team braucht ein Plan. Okay, aside from everyone else, when this train stops, you and I should know exactly what we're doing. Ein Plan. Ich mag es. Good. Genau, immer positiv denken. Aber das ist, wir haben uns immer wieder. Wir müssen uns das. Wir müssen uns da nach unten befinden. Wir müssen uns da nach woher kommen. Wir müssen uns da nach unten kommen. Wenn wir nichts mehr auf die Straße nehmen, können wir uns auf. Wir müssen uns da nach hierher verlassen. Was? Sie sind immer in dem gleichen Ort, wenn wir da sind. Es ist, äh... Hm. Hey, keine Angst. Wir haben das nach oben. Hast du schon mal da? Mal. Ich weiß es. A lot of hotels under here.